Ich hatte eine Vision. Ich sehe das Gesicht einer Frau. Ich höre Hunde bellen. Sie sind da draußen. Ich habe sie geholt, weil ich ihren Glauben an dieses Phänomen schätze. Ich bin gerade nicht die beliebteste Frau beim FBI. Scully? Mulder? Pater Joe behauptet, er hätte eine übersinnliche Verbindung. Sie glauben also an solche Sachen? Sagen wir mal, ich möchte glauben. Geben Sie nicht auf. Sehen Sie sie? Ich sehe Augen, die hinausstarren. Meine Vision war ein Gotteswerk. Vielleicht ist es nicht Gott, der sie sendet. Was sehen Sie? Pater Joe? Mir reicht's, Monster im Dunkeln zu jagen. Es ist hier. Ich brauche dich bei diesem Fall. Es ist hier. Es ist hier. Hier! Hier! Akte X Jenseits der Wahrheit Bald im Kino Entschuldigung, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Vielen Dank.